Wenn wir uns mit modernen Medien auseinandersetzen, was Neues hier zu lernen, tun wir das oft außerhalb organisierter Bildungsmaßnahmen. Wir lernen, mit digitalen Technologien umzugehen, durch Ausprobieren, durch Anleitungen, aber auch durch den Austausch mit anderen. Uns interessiert im Projekt Eagle Media, wie dieser Austausch aussieht, wenn Angehörige unterschiedlicher Generationen daran beteiligt sind. Wenn zum Beispiel Ältere von ihren Kindern oder Enkelkindern in die Internetnutzung eingeführt werden oder wenn am Arbeitsplatz ältere und jüngere Mitarbeiter sich gemeinsam mit neuen Technologien auseinandersetzen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie eine Generation, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist, ihre Erfahrungen an ältere Generationen weitergibt, sondern es geht auch darum, ob die Jungen von der kritischen Distanz mancher Älteren gegenüber digitalen Medien lernen können. Unternehmern Vielen Dank.